Moksha-Sana, die Stellung der Befreiung, wird in einem klassischen Text erwähnt, beschrieben von Garote in seiner Enzyklopädie of Traditional Asanas. Sie wird erwähnt und unvollständig beschrieben. Zunächst die Beschreibung ist, stehe auf deinem rechten Bein und fasse mit der rechten Hand auf den Boden. Was machst du jetzt mit der linken Hand im linken Bein? Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, du hebst den linken Fuß nach hinten hoch, du fährst mit der Hand ans Fußgelenk und streckst so den Fuß weiter nach hinten. Das ist eine Möglichkeit, was Moksha-Sana, die Stellung der Befreiung, sein kann.